Drei meiner Lieblingswörter zum EMP-Studium. Das wären dann bunt, bewegt und Kontakt. Kreativität, Tanzen und Improvisation. Bunt, gemeinsam, individuell. Alles, was du brauchst, bist du selber, dein Instrument und ganz viel Freude und Spaß an Musik und Bewegung. Kommen wir nach Stuttgart, weil wir ein relativ kleiner Studiengang sind und daher wir eine kleine Familie sind. Weil sowohl die Dozenten als auch deine Mitstudenten auf jeden Fall immer hinter dir stehen. Komm nach Stuttgart und erlebe gemeinsam mit anderen die Welt der Entwicklung. Komm nach Stuttgart 1, 2, 3, 2, 1, go!